und willkommen zur nächsten runde karmachidon max damage reinkarnation wie auch immer auf zum level 2 renn nummero drei wir gucken mal ob wir jetzt hier ja auch die vielen punkte irgendwie hinkriegen weil man müssen ja jetzt hier noch irgendwie auf die hundert punkte oder auf die hundertprozent punkte kommen wird schwierig wir zocken checkpoint panik hat man schon mal müssen als assist die zehn checkpoints erreichen und wir gucken mal wie es läuft dort immer wieder die gleichen verdächtigen die gegen uns spielen und ja wir schalten einfach mal die ladezeit weg bis gleich und willkommen zurück zu checkpoint panik los geht dort vorne ist der erste checkpoint der typ hat sich gerade von mir erschrocken der hier vor mir steht jetzt habe ich den überblick verloren durch blut wo ist die wo ist der erste checkpoint heute Wait, what? Nur noch drei Reifen. Okay. So, das ist ein Checkpoint. Bullen! Alter, was das für eine Kacke? Wow, hier ist ein Loch. Alter, der Buller war ja spruttlich, spruttlich. Ne, gut, wer war das? Gut, war das ja der Käfer, der über mich getrampt ist. Alter, what the fuck? What the fuck? Wie kommt der denn hier zu den Checkpoints? What? Okay. What? Habe ich schon einen Checkpoint? Einen habe ich, ja. Wow, läuft bei mir. What? Alter, das ist gerade gar nicht. Hä, 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 hä. Okay. Ähm, ich bin gerade leicht irritiert. Äh, äh, äh. Was ist das für eine Kack-Map für sowas? Das habe ich ja eingerastet. Was ist das für eine Kack-Map? Dann haben wir uns teuer erkauft, den Checkpoint. Wir müssen uns zurücksetzen. Ey, 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 ey. Wow. Das ist ein reines Gemetzel hier. Die armen Leute. Die wissen doch nicht, was wir hier tun. Vor allem, wie kommt man denn dann zu einem Checkpoint dorthin? Oh man, wie so ein Sack noch mehr die ganze Zeit auf dem Geist geht. Alter. Alter. Drei Checkpoints. Das sind mal alle drei Checkpoints hier. Wow, Mann. Äh. Oh. Ist diese Map belastend. Wo hänge ich denn jetzt hier fest, Mann? Oh Mann. Wow. Da habe ich aber echt mit Glück bekommen, den Checkpoint. Echt mit Glück. Vor allen Dingen... Ich weiß nicht mal, wo die Checkpoints teilweise sind. Diese scheiß Bau-Container hier. Ja, fick dich. Hier vorne war er doch schon. Okay. Das hat schon sieben Checkpoints, ey. Das ist eine ganz schöne Kackgründigung. Muss ich ehrlich sein. Das macht nicht fertig. Mann. Vielleicht macht es Sinn, hier an einem Platz stehen zu bleiben. Ich kriege die Kretze. An einem Platz stehen zu bleiben und dann einfach nur noch die Checkpoints zu warten. Warum bin ich denn jetzt nicht gesprungen? Alter, das ist echt nicht so easy, das Game. Die Bullerei. Die Bullerei, die Bullerei. Ich kriege ja keine Checkpoints. Hat doch von dem Mini. Oder ein Smot oder sowas. Die Bullen. Und vorne ist doch schon wieder einer. Genau. Ah, da prallt von mir ab, der Assi. Okay. Wow, DeLorean macht ganz schön Dampf, ey. Ach, der Assi braucht noch einen Punkt, ey. Noch einen Checkpoint braucht er. Nein! Verpiss dich, Bulle. Oh, fuck. Also, wow. Auf der Map der zweite Platz, bullshit ich weiß. Also, auf der Map alter Verwalter. Ist das echt nicht easy. Also, wirklich nicht. Der DeLorean ist ja hier vorne volle Kanne uns davon gefahren mit seinen zehn Checkpoints. Gut. Jetzt haben wir doch noch ein Grafik für oder sogar drinne. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja. Passiert. Fortsetzen. Wir gucken aber mal, ob es die Punkte immer noch anrechnet. Weil es wäre ja auch ganz cool hier soweit. So. Na ja, immerhin. Weil ich vermute mal, die 70.000 hätte ich sowieso nicht in einem Rennen gemacht. Gut. Gut. Das haben wir nicht gewonnen. Ähm. Sollen uns nicht stürmen. Wir machen einfach weiter mit dem nächsten Rennen. Ähm. Mal gucken, ob ich das gleich hinten dran hänge hier. Jedenfalls ganz schön harte Herausforderung auf dieser Map. Muss ich ehrlich sein, weil... Ich glaube, wir müssen uns erst mal zurechtfinden, ähm, in diesen Gebürre. Ähm. Ich hoffe, es war trotzdem ganz lustig. Von daher, haut rein. BIPP 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 BIPP